Flugzeugdrama scheint sich eine Wendung anzubahnen. Der kürzlich entlassene Pilot, Captain Glenn Quagmire, versucht offenbar das Flugzeug per Funk zu landen. Olly Williams mit Details. Olly? Ich bin am falschen Flughafen! Ups, trotzdem danke Olly. Und nun erfahren Sie, warum es für einen Nachrichtensprecher nicht politisch korrekt ist, chinesisches Essen Schlitzaugenfutter zu nennen. Gleich mehr los.